Hallöchen meine lieben Jungs und ganz herzlich willkommen zum ersten Vlog von Reisetrip nach Spanien. Das ist es. Genau. Reisetrip nach Spanien, nicht Spanientrip oder so. Es ist heute der zweite Tag nach der Abendkunft, also ne 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 ne. Der zweite Tag in dem wir in Spanien verbringen. Und zwar sind wir gestern angekommen mit dem Flugzeug. Parvlog-Tag. Und naja, gestern haben wir nicht gevloggt, weil wir 33 Stunden wach waren und einfach nicht gepennt haben. Nichts gepennt. Nicht mal ne komplette Stunde. Und naja, wir waren so richtig heftig destroyed, so komplett im Standby-Modus. Bester Schlafzyklus, den man eigentlich wirklich haben kann. Genau. Und wir waren so nix fähig und wollten dann aber auch nix machen. und dachten dann so, ja komm, wir machen heute da. Also da wir heute nix spezielles machen oder nix spektakuläres, werden wir erst morgen aufnehmen. Und heute ist der zweite Tag. Das heißt, heute wird gevloggt. Beziehungsweise für euch ist das einfach der erste Vlog von diesen Ferien. Punkt. Und ähm, naja, wir waren vorher in Mercadona. Einkaufen, Lebensmittel und wir haben heute richtig sick weather. Schau an da, schau an da. Schau an da, schau an da. Und dann zu pissen und zu strömen. So richtig heftig ey. Das war, oh shit. Das war, das war nicht mehr normales Wetter. Und ähm, was wir heute machen werden, ist, keine Ahnung. Ich hab keinen Plan, was wir heute geplant haben. Und ähm, wir wissen einfach, dass es 100 Meter von hier entfernt hat es einen Basketballplatz. Mit mehreren Körben. Und ihr kennt mich ja. Ich bin so ein Basketball-Junkie. So ein richtiger, abhängiger Basketball-Bla. Und ich bin so ein Mitläufer. Mitläufer. Immer mit. Ne, äh, wir werden ihm das Basketballspiel angewöhnen. Ne. Infizierst du nicht? Genau. Nein, sicher nicht. Aber wir werden ab und zu, falls wir nix machen, sagen wir. Wir sind einfach mal so zwei Stunden da und wissen nix was machen. Wir gehen auch nirgends hin und haben nichts geplant, dass wir dann mit einem Ball Basketballspielen gehen können. Aber wir müssen, wenn wir heute fortgehen, irgendwo in einem Laden halt einen Ball suchen. Und ja. Äh. Sonst, keine Ahnung. Ihr werdet dann halt sehen, was wir gemacht werden haben. Gemacht werden. Ho. Neuer Deutschfall. Wie nennen wir den? Äh, Fächer. Genau. Yo. Nee, und dann würde ich sagen, wir gehen uns später wieder. Tjaher. Länge. Sein. Es. P quedar. Das hat eine wahre, Ruhe wird gekistet. Erg brainwärter. Dann wird nur das wärmer. Espero filthy. E-E-E E-E-E E-E-E-E 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 E-E-E-E-E-E-E E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Wir haben uns einen Ball gekauft, wir waren gerade am Strand, wie ihr das gesehen habt und wir waren gerade da hinten. Da gibt es auch noch eine kleine Story. Ja man, richtig dämlich. Was machen wir echt? Turnschuhe, Tränerhose, Flasche Wasser und ein Basketball. Und wollen Basketball spielen gehen. Jetzt waren wir da hinten auf dieser Drecksschule. Es war einfach eine Schule, die geschlossen ist. Da gibt es vier Basketballer oder mehr. Wir wollen ja nur Basketball spielen gehen, kam da direkt so ein Typ. Eines schrie aus dem Fenster irgendwas. Und es hieß halt dann, der meinte es sei eine Schule und es ist geschlossen und so. Und natürlich haben wir uns auf Englisch verständigt. Und er sagt sofort, ich spreche kein Englisch. Ja, gebildete Menschen hier in Spanien trifft man das heftig rum. Und es ist jetzt so, wir suchen da hinten nach vorne. Gibt es, haben wir gesehen, Fußballfelder, die kenne ich auch. Aber ob es da einen Basketballkorb hat, ist fraglich. Und wir müssen halt da nachsehen. Und wenn nicht, ach, ich weiß noch nicht was dann. Aber ihr werdet erzählen. Ihr werdet erzählen, was passieren wird. Wir wissen es jetzt noch nicht. Bis gleich. Hallöchen meine lieben Jungs, welcome back. Warum ich auch immer das gerade gesagt habe, ist voll fragwürdig. Wir waren jetzt gerade ein bisschen Basketball spielen. Und ich habe einen halben Dank geschafft. Seht ihr hier. Und ja, ist kein kompletter Dank. Ein kompletter Dank ist ja, wenn man den Ball mit flacher Hand in den Korb drücken kann. Und ich musste noch ein bisschen Sprungkraft üben. Aber immerhin konnte ich mich am Korb halten. Aber das auch noch, weil er nicht Standardgröße war, sondern nur auf etwa 2,05 Meter. Und ein richtiger Basipa-Korb ist im Durchschnitt. Auf Standardgröße 3,05 Meter. Das heißt, I have to a little bit practice. Und alter, guckt euch das an. Darüben am Fenster einfach einschusslich. Was ist das? Was ist das? Ja? Das ist Spanien, ne? Würde ich sagen. Falls wir noch was machen. Jungs, Achtung, selbstmord gefährdete Stelle. Auf jeden Fall, ne? Alles klar. Also jeder, der so wie zieler gehen will, kann hier runterspringen. Ja, hör mal, weißt du. Krass, Digga. Ich hab keine Ruhe. Ich mein... Oh, mit der Shit. Und dann einfach... Soll ich's mal ausprobieren? Ja, mach mal. Wow, Messe. Easy. Guck, das Pool. Gehen wir jetzt gleich baden. Nein, machen wir nicht. Weil bei uns hat's... Ja, weil bei uns gibt's keinen Pool. Das ist scheiße. Ja, zeig mal die schöne Nähe hier gerade. What the fuck? Krass, weiß nicht. Esel kastriert oder sowas. Ich weiß nicht. Oh, I don't know. Zabada, we can go. Okay. Hier... Wurden wir vorhin... Angefickt. Hier. Sehst du das? Seht ihr das? Und da hinten hat's die Körbe. Da hinten. Wie über diesen Zaun klettern? Ja. Und die sind... Und die sind... Und die sind... Ja, Mann. Die schrie aus dem Fenster. Und ich denk mir so... Schnauze, du Depp! Genau das hab ich mir gedacht. Ich glaub, eine C sogar. Ja, egal. Depp kann man ja zu Frau oder Mann sagen. Kannst du Mann raus? Ja, Mann. Keiner wirst du die Leute sagen. Ich hab's nicht aufgestanden. Ja... Der laberte etwas. Ich hab dann gesagt. Digga! Ruf auf diese Nummer nie wieder an! Ja, wir sehen uns. Eigentlich... Also, was wir heute machen werden, ist Abendessen. Und wahrscheinlich... Pff, keine Ahnung. Ein Abendgelaber, oder? Ihr werdet's ja sehen. Wenn das Video dann hier endet. Keine Ahnung. Meine spontanität warst du vorhin so ein Abendgelaber. Ein Abendgelaber, aber das dauerte... Aber mir fällt ein, es dauert viel zu lange, da... Wir hatten nicht so die beste Internetverbindung gehabt. Ja, keine Ahnung. Mir fällt der Arm ab, aber... Wenn, dann kommt gleich die... Äh... Die... Nicht... Ja, doch, die Abmoderation. Und da würd ich sagen... Sehen wir uns gleich. Wenn ich mal. Ja. Guten Abend, Freunde. Wollte grad was sagen. Aber keine Ahnung. Ähm... Jo, Jungs! Wir sind... An der Abmoderation angekommen. Am Ende des Tages... Tages... Es ist... Moment... Es ist... Es ist... Moment... Moment... Ich bin in den... Es ist glücklich. Kann man das sehen... 0.13 Uhr. So zu... So viel zum Tag. Ja. Ähm... Ja, wir haben nichts mehr gemacht. Wir sind zu Hause geblieben. Ähm... Bisschen Betthängerei und so. Da fällst du es immer in die Hände. Was? Was? Es fängt so nach Schweizerdeutsch ohne mit. Was? Dieses was? Ganz lustig. Echt? Ne, äh... Totale Lachflashes. Ja, Mann. Total. Es ist glücklich. Ich kann euch das Video morgen zeigen mit dem Lachflash. Ist zwar auf Schweizerdeutsch, aber müsst ihr halt... Keine Ahnung... Echt? Du, ich weiß nicht... Ja... Keine Ahnung... Es guckt mir doch... Es ist so Untertitel... Es guckt mir doch... Es ist nicht ganz jugendfrei... Und so... Nee, nee... Es zahlt sich für uns, aber... Du musst es manchmal so Untertitel machen... Ja, aber Untertitel... Muss ich auch rausfinden, wie man das mit iMovie macht. Werbung für iMovie... Man kann damit gute Blogs schneiden. Ja, stimmt. Das macht nur Untertitel. Ja. Ähm... War grad am... Eheh... Idi… Sch rah! Dude, sch neiiiit! Eheh... Rastet aus! Haaa envelop! Was?! Eheh... Rastet- Zولatförelasso. Hahaha... Joah... Haoooomen... Ich sehe einfach... Ja. Gebreitesh... Die... DeUs! Wenn das Ding nicht entspürt... Jadi... Der Scheiß entspär... Der Knopf geht nicht. Doch, dieses Kack, es ist ein Kack, damit das Ding funktioniert. Ich kann es so komplett aus. Ich kann nicht mehr. Fuck, das zieht dieses Video total in die Lage. Oh, shit. Yo. Das ist so kack. Wer lacht, den zu öchtern. Wo ist ich... Endstopp. Ja, endstopp. Der Reste kommt nicht aus. Ja, mach mal weiter. Die gucken so da so. Die denken ordentlich. Weiter aber langsam so. Wahrscheinlich. So schnau zu der... Fuck, ich mein schnau... Egal, hat's versaut, ist auch vorbei. Juckt keinen mehr. Ich hab's versaut, das ist mein... Ich mein schnau zu der... Die denken sich... Schnau zu der... Kommt zum Punkt. Hä? Aber bevor ihr... Ne? Diese Brille... Die ist... Totally that shit as fuck as hell. Die ist übelgeil. Er hatte seine Sonnenbrille zu Hause vergessen. Ich hatte schon eine dabei. Die sieht so aus. Ray-Ban like. So. Uh. Toll gleich. Und dann haben wir die gekauft. Und... Auch nur aus einem Grund. Guckt euch mal das an. Diese Brille ist einfach alles so richtig krass blau. Krass geil blau. Krass geil blau. Krass geil. Das ist übelgeil. Ich würde auch gerne eine Viertelstunde sehen. Ja, Digga. F***. Okay. Äh, Jungs. Jungs. Ich muss jetzt auch kurz noch ein Like packen. Ich würde sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Lass ein Like. Wenn euch der Vlog gefallen. Lass uns mal den Like. Okay. So. Ja genau. Ich war gerade am Videoschneiden. Habs dann gerendert. Und dann fällt mir an. Ich hab das Intro und Outro vergessen. Na ja. Dafür. Ich war sehr erendert. Anwesend. Ich war's mal dafür. Ich war's. Okay. Ich würde sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf jeden Fall im Vlog Nummer 2. Ich würde sagen. Lasst ein Like. Da lasst ein Kommentar da. Und vielleicht noch ein, zwei Gesprächsthemas. Falls wir mal zu Hause bleiben. Und irgendwas besprechen wollen. So ein Dings, was du gesagt hast. Ja. Würde ich sagen. Haut rein. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Freunde. Juhuuu.